Gut, dann schauen wir mal. Können wir das als Momentum? Nee, können wir nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Moment mal. Sie haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht? Ach, der Leuchtturm ist Anja. Okay. Ich glaube schon. Dann hat dieser River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms. Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdigeres erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewinne mich einfach nicht daran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unsere Patientin. Notiz Anja halt. Ach, Anja ist ja Leuchtturm. Ach so. Ich habe erst vermutet, dass es ihnen ein Kind wäre oder so, aber es ist ein Leuchtturm. Ja gut, das ist dann, ne? Huch. Okay, da sind sie zum Leuchtturm gegangen. Dann schauen wir mal hier weiter unten. Hier links ist nichts. Nee, da ist nichts. Okay, dann gehen wir mal nach rechts. Können wir hier nach unten? Jo. So, wir können weiter nach unten. Sehr schön. So, da haben wir jetzt beide. Jetzt müssen wir den Mentos finden. Da ist er doch. Das wird ja wahrscheinlich sein, ne? Zack. Momentos gefunden. Zack. 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 Und zack. Einmal vorbereiten. Ideal wären fünf Züge. Okay, dann lass mal überlegen. Hm. Ja, wir können leider nicht so. Wahrscheinlich wird er wieder so sein. Äh, Mist. Ja, ich mache hier, ich mache hier, ich mache hier wilde Sachen, ne? Das macht hier alles keinen Sinn, was ich mache. Obwohl, warte mal. Gut. Da haben wir jetzt dafür 13 gebraucht, aber wir haben es geschafft. Ne? Bevor ich den jetzt aktiviere, möchte ich kurz nochmal hier oben schauen, aber hier, ne, hier haben wir nichts. Okay. Alles klar. Aktivieren. Let's go. So. Mein Gott, das ist ja noch jung und knackig. River? Ich muss immer an den Song River, Deep Mountain High denken von Tina Turner. Na gut. Fortgeschrittenes Alter. Gut. Hier können wir nichts anschauen. Nö, 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 nö. Gut, dann gehen wir direkt mal hier raus, ne? Und dann gehen wir direkt mal raus hier. Und einmal nach unten. Nein. Ach, ach, guck mal, der hatte erst oben hier sein Büro. Jetzt können wir anschauen. Okay. Ein gelber Papierhase. Oh Gott, nicht schon wieder. Ja, die werden wohl noch öfter sehen, die Hasen. Aber die Frage ist ja, was hat es damit auf sich? Die Hasen. Die Küche noch hier vorne. Hier haben wir eine Kiste. Neue Kartons mit Blankopapier. Oho, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ja, die Hasen. Die Hasen. Hier können wir nochmal schauen. Ein alter Flügel. Wie zur Hölle haben Sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die Tardis. Nicht wirklich. Das wäre es nicht mal, da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Hm, stimmt. Damit steht fest, Pianus zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lange dauern, es dort hineinzubekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Die Tour wäre sicher episch. Die ganze Episode so 40 Minuten lang, wie sie das Piano da reinklippen. Oh, da ist sie schon. Du bist so früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen? Was machst du da? Hasen. Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Beschreib ihn. Ähm, er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Und? Naja, es ist eben ein Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll. Du benimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist, aber selbst dafür ist das ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist nicht? Glaubst du das? Vielleicht, wer weiß. Aber wie du schon sagtest, sie ist nicht unsere Patientin. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir auch bezahlt werden. Glaubst du, dass sie, was denn, schwanger? Okay, Mentos haben wir gefunden. Hier haben wir noch ein Bucket. Aber die Frage ist, warum die Hasen? Viele lange, orangefarbene Haarsträhnen. Was? In einem Eimer? Die werden wahrscheinlich von ihr sein, aber... Okay. Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfingen, oder? Jo, dat ist der Tag, an dem sie damit anfingen. Gut. Einmal hier den Mentos zerstören. Und das Schnabeltier. Ich glaube, das Schnabeltier wird auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen. So, ideal sind drei. Ähm... I don't know. Ich mache einfach mal hier erstmal so. Ah, okay. Ja, gut. Ja, manche sind schwerer, manche sind leichter. Das finde ich auch gut so, ne? Ist ja eigentlich egal, wie viel wir brauchen. So. Das Schnabeltier schon wieder. Aber ist das nicht das Auto von denen? Gut. Kann jedes Auto sein, ne? Da oben können wir hin. Ich gucke nochmal hier links. Okay, da haben wir aber nichts. Okay. Let's go. Ab nach oben. Oh. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aha. Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich damals das Let's Play von, äh... Äh, Gronkos geschaut habe. To the Moon. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Aber das ist zu lange her. Ne? Und ich wusste gar nicht mehr, dass der das damals Let's Play hatte. Das wusste ich gar nicht mehr. Na ja. Gut. Ähm... Ich schaue erst mal hier links. Da können wir auch lang gehen. Die Frage ist, finden wir hier irgendwas? Ne, ne? Hier ist einfach nur so eine Abzeigung, wie wir sie schon vorher hatten. Dann sollen sie mal da vorne hinlaufen. Ein Memory in Kamba, vier brauchen wir noch. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Theoretisch müsste ja hier noch nichts stehen. Was ist das denn? Ach, da können wir rüber gehen. Okay. Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich. Was finden die Leute an ungewöhnlich hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz Höhenangst erhalten. Ja, das stimmt schon wirklich, ne? Okay, wir müssen unbedingt nach links gehen. Aber ich möchte erst mal ganz nach oben hier. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas liegt. Okay. Alles klar. Dann einmal da rüber. Tap, 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 tap. Und dann einmal hier rüber. Tap, 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 tap. Und einmal da rüber. Tap, 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 tap. Ah, geben sie sich jetzt das Ja? Deswegen hast du mich damals angesprochen? Ja. Wie sieht das jetzt aus? Ich schätze, es gehört dazu. Hör mal. Das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Aber Easy meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Hä? Was ist das? Eine Hacky-Sack? Kannst du ihn bis zu Anja werfen? Keine Ahnung. Soll ich jetzt probieren? Würdest du? River! Äh, River! Bist du verrückt? Geh da weg! Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der Letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. Das ist ja auch nicht. Okay. Ah, guck mal. Hier ist der Rucksack. Ah. Und da ist das Mentos. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Okay. Achso, wir haben alle fünf. Okay, sehr schön. Gut, dass ich noch mal geschaut habe. Sonst wäre ich nämlich jetzt nach unten wieder gegangen. So, vorbereiten. Dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Ideal 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Der alte Rucksack. Gesamt 59 haben wir schon. Ui. Haben wir schon einiges gesammelt. Jupp. Aktivieren. Rupp. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Buchladen, ne? Äh, was? Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus, John. Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung. Aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nie wirklich da. Das geht mir langsam an die Substanz, wirklich. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann. Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen. Jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Ich meine, habt ihr nicht die gleiche Sache? Nun ja. Bei mir wurde es festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Weißt du, ich beneide River ebenso, wie ich sie bemitleide. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst. Immer. Ich bin so gut daran geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River, sie hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder es nicht wollte. Ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabel, die die Leute kennen, ist nur eine Show. Eine Fassade. Und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Dann hast du wohl bisher noch keine einzige Frau getroffen. Das hier geht uns nichts an. Komm. Aber was hat sie denn? Also irgendwas muss ja passiert sein, ne? Weil er sagt ja, sie ist ja noch distanzierter, als sie vorher schon war. Irgendwas muss ja passiert sein. Wahrscheinlich wegen der Krankheit, die da irgendwie dann diagnostiziert wurde. I don't know. Da schauen wir mal. Die Welt wäre ein schöner Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Ja, stimmt. Ah. Gut. Hier vorne konnten wir auch noch was... Okay, jetzt nicht mehr. Wir schauen mal. Irgendetwas Neues heute? Nein. Was liest du da? Des Kaisers neue Kleider. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust es noch? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorph-Serie. Weiß ich. Deine Mutter hat dir ein Animorph-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Hm? Ich habe die Bücher gesehen. Sie verstauben in der Garage. Na ja, ich bin herausgewachsen, schätze ich. Es sind eben Kinderbücher. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Schon möglich. Vor allem auch dieser Blick immer von der Seite. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Okay. Aha. 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 Aha.